es geht so es geht weiter also das kommt mit der markt müssen wir auch was das büro ich kann nein doch der der kontakt ja stimmt dass die marke die muss um die zeit ist auch die vierten nicht drücken wir haben keine ahnung wie das das ist das ist das büro wahrscheinlich ja wie kommst du da am besten ja dann kann er noch ein ganzes wieder zurück rennen jetzt runter dann aber auch die linke seite genau dann da oben durch die tür durch die büro durch den lagerraum durch den lagerraum oben dann durch die treppe runter weil das wird das unter ja dann geht es halt runter und dann da da oben durch die dusche und dann da unten rum genau da kommst du nur zur info über diesen weg da lauern mindestens ein oder zwei ich würde sogar sagen vielleicht sogar drei von den fächern also einer mindestens aber ich kann mir so vorstellen ich kann mir so hoch schocken wenn ich das nicht schocken ok habt ihr euch den weg gemerkt? ja ja super fast ihn gemerkt rechts rum ok rechts rum karte ist unter dir aufpassen lassen und jetzt da durch ne? andere Richtung da wurde der da wurde der jetzt links halt dich halt dich halt dich also steammenü öffnen jetzt mal da nutzen mach voll entscheiden irgendwo ist die halbste Tür rechts 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 ah das ist die Ruhe ich hab kein lassen rechts 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 ich geh mal komplett klar und falsch ne? rechts geradeaus jetzt rechts raus ja kann er nicht kann er nicht kann er nicht nein nimm das nicht nein nimm das nicht warum? weil der Ries jetzt auch irgendwo lauert ja ist da durch ist links da runter ich guck nochmal in die karte vielleicht zur sicherheit ja warte warte jetzt was ich üben ok ok rechts rum scharf rechts durch die Duschkabine war der da? ne ne? keine ahne ich glaube und wenn ja dann dann drück ich auf Pausen drauf jetzt die nächste Tür links ja die nächste links hallo da muss er irgendwann das Ding verwenden können hier hallo 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 ne da brauchen wir den äh diesen Dongle da können wir nicht durch warte 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 weg 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 achso und da? da warst du nur nur nur's Basic aber irgendwo brauchst du noch diese Marke da drin ne? noch ein Stück noch ein stück da kann man da ist eine karo da kannst du auch ein jetzt mit dem schlüssel ja aber erst mal ob du in dem raum was machen kannst kommt dieser verzeig nicht ach und wer da kommt du spielst ja nicht mehr ne oh warte geh zurück geh nochmal zurück wohin dahin hast du das links das ist das ist immer so ein mystere kuhn unten da ist ja gar nicht rein ist die tür zu ja er wird aber wahrscheinlich die blaue tür gerade daneben das nicht seine in der türe dann steht ja gott sei dank ja das muni schlüssel kann weg ja das ist ein bisschen schluss jetzt kannst du nicht so gut zerstören gleich 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 erst mal gucken muss man ja ja so wie so wie da sind sondern rätsel wieder untersuchen muss man den dann das ist eine kombination okay schon wieder richtig ne mit weh hast du und space ich glaube ja 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 top was haben wir keine ahnung für die marzell da wieder wird ja jetzt kommt in dem waffenraum ja was man dann schießt man irgendwas wichtig ist wenn munition und koffer hier sonst und so ein so ein nein aber ein ding rüst also unseren koffer sondern eine tasche ja wahrscheinlich der usb ist nicht und was jetzt ne ne tasche weiter ach so die tasche also es bringt mich so rum ja 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 gut ist einfach aber erst bist du ruck und zerstören ja irgendwo war noch einer von denen ja deswegen wird es noch rechts und zerstören eine schritte warte was das ist gar nichts es ist noch rechts müsste ruck zerstören mussten tüten dann müsste ich aber wieder zurück nein der anderen zerstören wir auch noch später es gibt zwei mittelmeister ja zwei für den breiten wie der nein mr kuhn wer ist mr kuhn die ist der kleine teil das hat sich zerstören achst du hör ich hab gar nicht gemeint nein jetzt rechts 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 und da mit der pistole wow sind einfach geleckt das war schon zuviel die PC ist überfordert schön wärs jetzt musst du ähm aufpassen Das ist du. Versuch, ob man mit der Maki hier nichts machen kann. Warum machst du das? Wieso habt ihr Angst? Wieso nicht? Heil dich. Du hast kein gutes Heilmittel. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Warum nicht? Ich werde jetzt sterben. Nein. Jetzt gehst du runter. Links. Jetzt runter. Safe room. Safe room. Der ist direkt links dann, glaube ich. Ja, ganz links. Oh oh. Links oder? Rechts. Speichern, einfach speichern. Erstmal speichern. Kann der reinkommen oder was? Weiß es nicht. Weiß es nicht. Du willst jetzt speichern oder was? Warte, speichern oder was? Genau. Ich wollte gerade sagen. Ja, ja, sorry. Und jetzt Turur. Links. Turur. Jetzt muss ich das machen. Ja. Turur. Warte. Gib mir eine Minute. Ich muss das bearbeiten. Nein. Hol dir einfach das. Ah, du hast noch eine Medizin, ne? Stimmt. Ja, trotzdem. Ja, er macht trotzdem neue. Ja? Nein, 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 nein. Ja, wir müssen trotzdem eine mitnehmen. Was ist das hier überhaupt jetzt? Das ist gegen Gifte. Das ist Gift und Gesundheit. Ich weiß doch, okay. Ähm, können wir die auch da schon nehmen, ne? Ja, klar. Ja. Und die anderen kombinieren. Sehr schön. Vielleicht machst du da noch eins für den Blick. Ja, was macht das denn? Das Zahnrad mitnehmen. Das Zahnrad nehmen wir mit. Was gibt's nicht hier drin? Nee. Okay, Kraut machst du dann besser nicht, ne? Nee. Ein Grün auch aufnehmen. Also. Ich wollte schon. Ich wollte euch nur zeigen, was Feieresch habe. Da drunter, da drunter. Okay, nicht mehr nicht rausrennen. Der ist direkt da. Wir müssen jetzt... Wie gehen wir jetzt eigentlich vor? Karte erstmal durch. Karte? Hallo. Eine ist unten. Guck mal in die Karte nochmal, wie du jetzt rennen musst. Ähm. So. Ja, hier drüber. Da rein. Ja. Dazwischen sollen wir eins von diesen Viechern, ne? Ja. Ist er hier? Ach so, hier ist er mit drin. Das Viech ist da gewesen. Wir sind da durchgelaufen. Und genau dem in die Arme rein. Was kriegst du getötet? Yolo. Ja, ich hab nur 8 Minuten. Das schaff ich schon irgendwie nicht. Das 8 Minuten lang im Kreis rennen. Ja, genau. Ich wart dir jetzt 8 Minuten. Ach so. Sorry, sorry. Okay. Da fahr ich in die Richtung. Hä? Ja, okay. Pass auf. Ich glaub bei mich nicht mehr. Oh, 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 oh. Hier, links hast du dich zurück. Rück, zuck. Du hast gesagt, der wäre nur ein Monster. Alter. Ich würde vielleicht noch mal neunladen jetzt an der Stelle. Geht das? Ja. Wo? Spiele an. Scheiße. Du hast ne Blattgranate, die du hast. Perfickte Scheiße, Alter. Nee, haben wir nicht, haben wir nicht. Keine Blattgranate. Okay, dann ist das Laden eigentlich nur überflüssig geworden. Was wollen wir da jetzt machen? Diesmal besser zielen. Okay. Hast du nicht noch irgendwas dabei, was dir jetzt hilft? Nein. Doch. Meine Gronis. Hä? Will ich farschen oder Buster ist oben? Yes. Nein. 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 Noch eins inside. Inseite. Ah. 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 Was ist das? Ah. Wer bist du? Ah. Ah. Unser erster Tod? Nein, nicht mehr auf meiner Schicht. Das sind zwei Stück, zwei Fischer, Junge. Ja, und du schießt jetzt mit der Mercedes einfach da durch. Ja? Du sprayst da jetzt durch. Soll ich einfach rausleichen? Sag, Pullis, freeze! Und dann hauen die ab. Ja. Das ist echt nix, ne? Hat nicht getrinkert. Ach so, weil ich bin laufen. Wo sind die denn? Keine Ahnung, aber kannst du in den Schließfachraum rein? Ja, das sind die Staubflücken. So, welcher fehlt noch? Ja, ich glaub der. Ja, aber welches ist Schließfach? Das guck ich jetzt. Das da. 203. Noch eins auf der anderen Seite. Die war nix, ne? Auf der anderen Seite war noch 1.203 und... ...102. Äh, 103. 2.03 und 1.03. Okay. Und 2.03. Messer! Messer find ich irgendwie voll überflüssig mit dabei. Zurück. Okay, 1.2. Zwei. Tadaa. Zip, diddi, okay. Ja... Und das überflüssige Messer. Ich stehe vor, mit der Messerkasse den Typ mal ver easily töten in diesem großen... mach ich dann, dann haben sie Angst warum rennst du auch? weil ich hab so große, so große scheiße scheiße ok, warte, wo müssen wir jetzt hin, wir haben den Raum durch wir haben noch die Marke also unsere letzte Medizin, ne? ja, soll ich mitnehmen oder soll ich liegen lassen? mitnehmen ok, Karte scheiße was sagt die Karte? hallo rennt erst mal blind raus, komm Aktenraum, dann können wir noch hin oder? du konntest nachher hingehen weißt du, wo ich jetzt hingehe? ich geh jetzt hoch wo war das nochmal? hoch und dann was hörst du vor? zur Uhren, Tom? ja, genau ok, musst du einfach nur die Treppe ganz hoch musst du die Bibliothek ganz hoch und dann einfach nur den Raum entlang nein, nicht ganz hoch warte wir müssen eins runter na warte, geh nochmal ganz hoch kommst da oben auch durch über die Bibliothek doch ach so scheiße und dann mach das so, dass es einfacher das ist ein Herz her nicht werden jetzt kannst du schiff chiff, mein Name ist chiff kann einer mal ein Witz erzählen oder so? damit ich mich ein bisschen beruhigen kann deine Vorgängsweise bei Resident Evil ist ein Witz ja, ja, ja jetzt links dann noch rechts dann nochmal links 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 rechts rechts geradeaus jüngel ist noch rechts nein, rechts ja, doch einfach nicht da oben easy das heil dich nicht wir haben nichts mehr und gehalt nein doch stimmt sorry mein Fehler komm mal machen wir ein bisschen Lärm hier zur Sonne und jetzt steht der da Alter kannst du das Rad mal rausnehmen? ja dann schmeiß es bei dem anderen Teil auch rein ich denke da nichts böses da passiert sowas hä? warum kannst du es dann da rausnehmen? das passt doch da rein ist ja behindert ich sehe es auch, es passt einfach ne das passt nicht hier durch das Ding weißt du? ach, du brauchst so ne Verlängerung oder so? ne, das ist zu weit guck wie weit da kommt der nicht rein weil wir sonst gegen... ja, du brauchst ne Verlängerung oder sowas in der Art ich weiß es nicht ne, geh mal hoch drüber du hast da oben noch lau du brauchst, hier hat gar nichts da jetzt kannst du das rechts auch auf... neben, oder? ne ne ich muss doch mit dem unter sitzen ok da kannst du das einsetzen ah, da ist gut ok da muss ich wieder runter rennen da kannst du ja auf einmal was machen, oder? ne, rechts ja, da hat er halt das Zahnrad einfach das kann er da wahrscheinlich gleich wieder reinstecken für irgendwas anderes das braucht der unten wahrscheinlich erst einmal zum aktivieren stopp ja, was wird er machen, wenn er abkommt ja ich hab Angst vor dem, ok der wurde schon mal im Knast, er weiß wie es ist gefickt zu hören von den großen Jungs ich glaube, das große kommt da oben hin ja der gleich wird die Glocke klingelt, oder? das kann ja mal aufzububken von der Fedzei das würde gleich wird die Glocke Tipsy, nee oh nein Das hätte jetzt nicht passieren dürfen. Achso, damit wir die Munition kriegen, hallo? Nein, das ist das Elektro-Teil. Klar. Hoffentlich muss ich darüber keinen Bericht schreiben. Ist das deine einzige Sorge? Ist das deine einzige Sorge mehr? Ich sag dir, da ist gleich ein ganzes Zombie-Einsatz-Team vor der Tür. Meine Schicht ist jetzt Sven, Jungs. Das Teil sammeln ich nur noch auf. Das sammeln ich nur noch auf, ja. Dann musst du zumindest noch irgendwie zum Speicherpunkt kommen. Ey, 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 ey. Oder Christian muss ab jetzt noch eine Pollen gehen. Warte, grüß das nach mir. Ja, klar. Tschüss. Rechts, hinter dir. Jetzt hat es mich den ganzen Weg von ganz oben komplett runter den Keller rein. Kann ich auch noch machen, wenn du mich das grüßt. Oh, Mann. Pack es aus, pack es aus, pack es aus. Und... Space. Das ist Kinderüberraschung. Los. Ah, ah, ah. Was gibt's heute? Ah. Okay, ich gönne euch das nicht. Was? Schmeiß es weg. 100 Punkte, ich hab's sogar jetzt geschafft, hochzukommen. Klar, kann er hoch. Wie ganz hoch, mein ich? Ja, kann ja. Durch die Lagerung da hinten links. Äh, hinten rechts. Ja, aber das macht er ja nicht. Wenn du den da reinmachst. Nein. Nein, ich brauch sowas nicht. Springe einfach. Du musst jetzt auf jeden Fall nach rechts, glaub ich, oder? Jetzt nach rechts, oder? Und landen ganz entspannt runter. Wie weit kannst du runter? Ja, ganz normal. Aber da muss... Der muss... Verdammt, wo musst du nochmal hin? In den Keller. Wir haben ja jetzt die... Ah, ja, du musst jetzt diese Eingangshalle... Wir müssen nur in den Tonnen zu warten. Ja, ja, du musst dann über die Eingangshalle. Ähm... Raum der Wache. Glaub ich. Irgendwie da. Da ist doch unser Maid gestorben, unser Polizist. Der kriecht, der glaub ich, immer noch rum. Ach so, ja. Ja, ja, ja. Da müssen wir irgendwie runter. Okay. Können wir auch in der nächsten Folge machen. Geh mal auf B1. Schick mal kurz B1 an. Wo ist da die Treppe gewesen? Äh... Okay, dann... Transformort... Nee, dann müssen wir... Komm mal hier hoch, das? Nein. Dann mal da hoch? Nein, da kommt aber dann raus. Wo kommen wir da hoch? Wir sind da hinten auch richtig schön aus dem Laden gelaufen. Stimmt, doch, 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 doch. Da kommen wir da auch. Mhhh. Da hinten geht's runter. Dann... Da ist doch direkt ein Pausenraum. Das will wirklich aber... Ja. Aber okay, das ist jetzt ein bisschen weiter Weg, ne? Kann ich auch machen. Oh gut, für heute hast du's geschafft. Danke man, danke. Okay, ich habe jetzt auf. Okay. Tschöwe. Mach's mit Jungs. Tink 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 tink. doubled Wo ist mein Handy da? Eheh. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020